schwuppdiwupp da sind wir schon wieder eine weitere folge firewatch für die switch und wir finden uns immer noch in tag zwei haben beim letzten mal auswendig gemacht dass die telefonleitung gekappt wurde und versuchen jetzt die schuldigen zu finden und die brauchen wir nicht großartig suchen denn wir wissen wer das ist waren die teenager haben einen höchsten davon gefunden die wir ein bisschen verärgert haben ich habe sie leider verärgert weil ich denen einfach mal was ich glaube ich habe das radio ins wasser geworfen was irgendwie lustig war aber nun ja jetzt müssen wir mal gucken wo ist die rauchsäule sehe ich die noch mal gucken ob wir die auswendig machen können ja die suchen wir jetzt so kommt rein karteninformationen speichern und was gibt es da drin in der kiste die fernzapfen eicheln okay wir gehen jetzt mal weiter wir müssen gucken wo wir diese wo ist denn diese rauchsäule hin jetzt hinter diesen bäumen hier oder wo ist die bigger wald boy first rise it is the summer there's an area down here that's was oh you must be talking about the aspen grove down there yeah i think that's where i am those trees are actually one i didn't wusste ja auch nicht die karte gucken wir sind auch verkehrt hier also jetzt da wo sollen wir hin eigentlich da oben zum see oder oder dahin weiß es nicht wir suchen mal teenager weiter es kann sein dass die tochter auf dem richtigen weg sind das kann natürlich sein dass die da oben kämpfen da oben links also da in diesem grünen bereich dann gucken wir mal vielleicht sind die ja da hier sind wir schon wieder dose super aber wir hier links gehen müssen oder da hoch hier ist mir hoch wenn wir noch und links diese blöden teenager den werden wir aber ein gehörigen schrecken verpassen wir sind auf der richtigen spur wenn noch durch cool wo man das lagerfeuer teenager Ich sehe ein Campsite und es sieht aus, dass sie ein Feuer haben. Ist es sie? Es scheint so zu sein. Ich schwöre, sie haben hier vier Beispiele ausgeliefert. Trakt sie herunter und nicht lassen sie dich sehen. Was für ein Job das ist. Ich habe in die Teen-Zone entstanden. Oh wirklich? Und wo ist das? Es ist der Name eines Magazines für Mädchen. Es ist hier auf der Boden, hier, in ihrem Camp. Ich habe einige gefährliche Hunk gefunden. Was? Auf der Erde? Es ist eine andere von diesen Magazinen. Diese Mädchen haben hier eine volle Beispiele, eine volle Beispiele. Na gut, sie sind sehr beeindruckend, ich glaube. Das ist eine Dedication. Das Zelt sieht ein bisschen kaputt aus. Was hätte das gemacht? Wie ein Bär oder... Ich weiß nicht, es klingt verrückt, aber sogar ein Bull-Elk, wenn es auf seinem Rocker ist. Was alles getan hat, hat es nicht zurückgehalten. Du hast die Kamera, oder? Es wäre vielleicht eine gute Idee, ein paar Snaps zu bekommen. Nur in der Fall. Ja, gut zu denken. Okay, machen wir Bilder. Machen wir mal Bilder. Machen wir jetzt ein Bild. Und noch ein Bild. Gut. Das ist ein Bild zu viel. Gucken wir uns mal hier an, was da steht. Schlafsack. Ja, vielleicht sollte ich einen von ihren Schlafen als Payback nehmen. An dieser Stelle, was du willst. Das ist eine Nachricht. Das ist eine Nachricht. Untersuchen. Ähm. Oh, sie sind weg, für sicher. Wie kannst du es sagen? Die Mädchen haben jemandem, ich glaube, eine Note gelegt. Was sagt das? Ist noch nicht gelesen, leider. Hallo? Henry, bist du da? Ehrlich gesagt, ich bin einfach glücklich, dass sie weg sind. Das ist wahrscheinlich das beste Szenario für uns. Und jetzt können wir einfach wieder zu arbeiten. Ich würde wirklich gerne anfangen, einen ruhigen Sommer anzunehmen. Ich hoffe nicht, dass du jetzt glücklich bist. Wir hauen ab und gehen zur Polizei und so oder so. Und erzählen ihnen, dass du dich am See an uns herangeschlichen und dann unser Zelt und unsere Sachen kaputt gemacht hast. und unsere Sachen kaputt gemacht hast. Und Höschen-Clown ist echt pervers. Wahrscheinlich bist du ein Irrer, der mit seiner Axt Leute umbringt. Du wirst sowas von ins Gefängnis. Hoffentlich war es das wert, uns wegen ein bisschen Feuerwerk dumm anzumachen. Arsch. Okay. Uh. Jetzt gleich weiter mit Tag 3. Na gut. Sind wir die Mädels auf jeden Fall los? Aber das im Zelt waren wir ja nicht. Dann werden wir bestimmt noch rausfinden müssen, wer das war. Gruselig. Und ja. Die Ladezeiten sind ein bisschen beschränkt. Die nerven mich. Naja. Ah, guck mal. So runden nach Brettern für das Fenster. Gut. Da haben wir uns ein paar Bretter. Hey Henry. Ja. Ähm. What do you look like? Why are you asking? Weizenbrett? Because I'm horribly superficial. Ähm. Wenn du einen guten Akt, wie ich einen Zwillingsbruder hätte? Kennst du Rolly Fingers? He pitched für die A's? No. Well, I'm the spitting image of him. Oh, wait. Is he the guy with the snidely whiplash thing going on from the 70s? Oh, my dad loved him. Yeah. That's him. Ha. Ha. Okay. 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 Well, that gives me a good start. Now, let's see. In my scope, I can only tell you're a white guy wearing shorts. It's hot. And maybe, by the way, I'm not white. It's not very, uh, you know, PC or whatever they say. Oh, my God. You are the whitest man. Wow. I don't need a spotting scope for that. If I have shorts, then what do you normally like to wear? Smoking. As often as possible. Oh, really? You bet. How cosmopolitan. I didn't realize, Boulder was so chic. It is the peak of high society. Hm, good to know, dear. Yes. Now tell me about your face. I'm looking at you across the bar. What do I see? Uh... Hm. Hm. I have a pretty thick beard. Oh, have you always had a beard? For a while, yeah. Alright. Perfect. I want to know about your eyes. Get out of here. I'm drawing you. I need to know. You're what? Is... Is that okay? Uh... Don't... Don't answer. I'm gonna do it regardless. Fine. Your eyes. Tell me. You're happy. You're happy. I think. I've been told they look happy. Julia told you that, huh? Look, I don't know how to describe eyes. Happy is good. That's good. Okay, got it. Thank you, Henry. You get what you need? Absolutely. Oh, and that window is all patched up. Okay. So... What should I do now? What's next? What's next? What do you think is next? Well, you've been the one giving me tasks for two days straight. What's next is you sit in that room until September 1st and call me at the first sign of smoke. Oh, yeah. Why don't you let me know when you're mentally prepared for that task and, uh, I'll give it to you. Okay, I think I am ready to tackle my long-term commitment of keeping this national forest safe from total destruction. I am glad to hear you've really thought this through. You know, I'm gonna hike around for a while before I really put my nose to the grindstone. Huh. Yeah, you do that. Nein, where geht's los? Okay. Now I'm ready. Let's get to work. How were those precious few seconds of jobless freedom? Oh. Magical. Good. Now get to work. Tag 9. Okay. Ich bin mal gespannt. Was da jetzt auf uns zukommt. Eigentlich müsste jetzt auch irgendwas noch passieren, um die Geschichte ein bisschen weiter voranzutreiben. Ähm. Guck mal. Da ist da ein Stück Brot. Oh. Hallo, Henry. Have you had a nice afternoon? I might never leave. Well, uh, I called with some bad news. Oh. Two young women, Chelsea Stevens and Lily McLean were reported missing. They've got parents out in California who haven't heard from them in a week. They were supposed to meet an aunt down in Cody. If they're the girls from last week, then... You're probably the last person to have seen them. Oh, scheiße. You should tell whoever that I'm happy to be questioned. I caused them some trouble, but nothing major. I'd never even got very close to them. Well... One stereo, that's it. Look, it's not gonna be an issue. I mean, if they turn up dead, then maybe. Should I just not say anything and save us the trouble? I... I think it's worth mentioning something. Yeah. I'll, uh... I'll keep it vague. I really don't want to talk to the cops. Me neither. Alright, Henry. Thanks. Enjoy the sunset. Yeah, scheiße. Oh... Nochmal eine Woche später fast, ne? Ja, war ja klar, dass irgendwas mit den Mädels noch kommt. Bin ich jetzt der gesuchte Killer? Naja, aber die sind ja auch irgendwo abgestürzt. Weiß man ja nicht. Oder ein anderer Typ hat die umgebracht. Und will mir das in die Schuhe schieben. Gruselig. Gruselig sind auch diese Ladezeiten. Mhm. Sitting here in my basement and watching the loading screen. Das ist schade. Das könnte ruhig ein bisschen schneller laden. Wäre auf dem PC wahrscheinlich besser. Aber wir sind ja Switch-Anhänger. Henry, Henry, wake up. Get out of bed and pick up the radio. Okay. What do you want? Hey, you big dumb idiot. Hi, Jules. Oh, you sound tired. Hey, das ist doch meine Frau. Hm, I am. Are you having a nice time? Sure. Are you everything good there? Jules? W- Oh, sorry, Henry. Yeah, I'm good. Oh, that's good. Well, I'll let you get back to sleep then. Okay, Jules. Das träumt doch gerade. Das träumt doch gerade. Mhm, sure. Bye, Baby. Ach, die Tage gehen ja auch mal schnell hier. Hm, ich bin gerade überlegen, ob ich das einfach wegschneiden sollte, die ganzen Zwischensequenzen hier. Aber ist das auch dämlich, ne? Also nicht die Zwischensequenzen, sondern die Ladesequenzen. Könnte ich auch rausschneiden. Ähm. Aber so kriegt ihr ein Gefühl dafür, wie das Spiel wirklich ist. Und ich habe ein bisschen Zeit zu plaudern. Und hier ein leckeres deutsches Wasser zu trinken. Ah, direkt aus der Leitung. Ganz frisch. Eiskalt. So, wie ich es mag. Da freue ich mich schon drauf. Noch mehr davon zu trinken. So. Besorgenvorräte im Norden. Okay. Prunes. Jerky. Du weißt, meine Frau isst sechs Prunes pro Tag. Sechs. Sie ist, wie, wirklich präzis darüber. Sie wäre großartig bei diesem Job, wenn sie keine Fahrzeugehörungen voll mit Marihuana zu funktionieren. Haha. So. Haben wir da hoch? Mal kurz auf die Karte gucken. So, wie, zwei Wochen vorhin hast du mich in der Mitte der Nacht? Ich glaube, du warst schlafen. Ich glaube. Und all ich hörte war die Name Jules durch die Mumbles. Und ich dachte, es war so schön. Ich wollte dich aber ich habe, aber dann dachte ich, dass du vielleicht eine gute Gespräche hast und ich würde einfach spoilen es. Ich hoffe, du bist okay. Du, wenn es um sie geht. Ich bin. Gut. Ich bin glücklich. Oh, look. Also, ein paar Monate bevor ich diese Arbeit habe, ich... Ich war mit diesem Mann. Javier. Er ist unglaublich. Wichtig. 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 Ich bin ein Driller in Kasper. Wir haben uns seit fünf Jahren geplant. Ich war mit der Wyoming Outdoor Leadership School und... Ich war so obsessed mit dem. Ich wollte so schlecht sein, dass ich so viel zu sein. Und ich war sicher, dass ich mich zu verabschieden, Javier, als ich mich zu beobachten. Javier. Wals was also a good excuse to... ...get out of town, drink whiskey in the mountains, cut loose. Dann, um... ...Javier's brother got killed working in Gillette. Und... ...for some reason... ...I didn't come home. Javier said it was fine. Wenn er zum Geheimnis geht, geht's um seine Mutter und so weiter. Es wäre einfacher, nur nur zu solo. Wenn er zurückgekehrt hat, er mich verlassen hat. Ich kam hier raus, ich leidete und... ...tein meine Frau, er hat uns gebetet. Also... Ich leidete dir. Ich kam hier mit einem Herz verbrechen, wie du. Ich habe mir gedacht, du hast mir so viel über dich gesagt. Also... ...ich weiß, es gibt etwas über mich. Wir beide gebetet haben. So... Ich gehe mal zum Turm zurück. Okay, ich habe alles, was ich aus hier brauchen muss. Es ist Zeit, um zu schreien. Just yours, oder? Wer glaubst du, ich bin? Gut. Das war's. Wir sind bei Tag 64 gelandet. Und, ähm, ja. Hier machen wir erstmal einen Stopp wieder. Und ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal dabei. Damit wir wissen, wie es weitergeht. Auch mit den beiden Mädels, die verschwunden sind. Bis dahin, tschüss. Bis dahin. Bis dahin, tschüss! Üść. Heb hours ab. Tschüss. Oh mir, das ist può. Bis zum nächsten Mal.